Hallo, einen schönen guten Morgen an diesem freundlichen, fröhlichen Samstag. Es ist 10.18 Uhr und Samstag. Und ich muss jetzt mal was sagen. Ich habe gestern beinahe ein Radlfahrer zusammengefahren. Pause, dramatische Pause. Ich habe noch nicht zusammengefahren, weil ich habe noch beinahe zusammengefahren. Und zwar war ich gestern im Bucking bei dem Allkaufer und fahre auf den Kreisverkehr zu und bin schon sehr, sehr langsam gefahren, weil am Kreisverkehr vorne eine Frau den Fußgängerweg überquerte. Es war finster, es war 10.18 Uhr. Und dann bin ich schon ganz langsam gefahren und die Frau ist dann so weggegangen und dann fahre ich so langsam auf den Kreisverkehr hin und sie hat dann natürlich da die Aushäule und ich sehe nur was sich rühren. Ja, ich habe was wischen gesehen und bin auf die Eisen mit dem Stiebeln. Und da ist ein Radlfahrer gewesen mit Mordsübergepäck drauf. Und der hat auch total abbremst und ist halt dann überquert und hat mich ganz rügend angeschaut. Und ich habe mir gedacht, ja, okay. Jetzt war er irgendwie im Totenwinkel von dieser Aushäule. Aber, ja, sag einmal, warum bist du so finster angezogen? Der war schwarz angezogen, es war finster. Das Übergepäck, da hat er einen Sack drüber gehabt oder was weiß ich, der war auch dunkel. Ja, jetzt bin ich jetzt, also ich habe natürlich nicht ausgeschreut, ich bin dann wieder weitergefahren, weil ich schreie keine Leute aus dem Auto. Aber, ich meine, was denkt sie dir? Im Nachhinein habe ich mich schon geärgert, weil ich habe mir gedacht, entweder bist du geisteskrank, Suizid gefährdet oder was machst du, Mensch? Ja, und ich habe halt überlegt, weil es so ist. Habe ich was falsch gemacht oder eher? Ich bin aber wirklich sehr, sehr langsam auf den Kreisel hin. Und, ja gut, die Aushäule ist halt einfach ein Schwachstelle, ein Schwachpunkt bei Fahrzeugen, dass die einfach da ist und nicht durchsichtigt. Ist halt einfach ein Problem. Aber, ich meine, ich habe mir dann so gedacht, vielleicht fährt der normalerweise Auto und ist sich gar nicht bewusst, dass er zu finster angezogen ist und dass man ihn dann nicht erkennen kann. Weil es halt ein Auto fährt oder wie auch immer. Oder, aber, und zu dem Entschluss bin ich dann gekommen, wenn ich ein Mords-Übergepäck habe, das ist so weit außergestanden und, glaube ich, bis zu den Knie runtergegangen ist, war breit wie seine Schulter und, ja, keine Ahnung, wen oder was der da transportiert hat. Dann habe ich mir gedacht, du hast kein Auto, dementsprechend machst du da vielleicht gar keine Gedanken, aber dann musst du so viel Routine haben, dass du weißt, dass du weißt, was du anziehen musst. Dass man gut gesehen wird. Da hat es doch einmal so eine Kinderlücke. Fällt mir nicht mehr ein. Das mit dem Gut Sehen, das habe ich einmal in der Grundschule gelernt. Dass man gut gesehen wird mit den Farben. Entweder hat er das nicht gelernt, es ist ihm scheißegal, oder, keine Ahnung, was sich dieser Mensch gedacht hat. Wahrscheinlich einfach nichts. Ja, hat mich geärgert gestern. Deswegen, jetzt ein kleiner Shoutout an alle Radlfahrer. Zirkt sein vernünftig an. Ich hätte heute schon die perfekte Signalfarbe an. Das ist das perfekte Radloutfit, die perfekte Radlfarbe. Wenn ich Rad fahre, abends, wenn ich spazieren gehe, abends oder in der Früh, halt wenn es finster ist, dann bitte zirkt es euch halt vernünftig an. Es ist doch nicht so schwer oder derzeit, man hat das Leuchtstreifen genommen und was weiß ich, Glitzerketten. Ja, und das war mir jetzt ein Anliegen. Das ist mir nämlich voll reingefallen und wollte den noch einmal kurz mitteilen. Ansonsten, jetzt gehen wir wieder zum geschäftlichen Teil. Jetzt wird es ja wieder fröhlicher, keine Panik, ich schimpfe nicht immer. Morgen ist der Herbstmarkt in Bad Birnbach. Das heißt, wer bei uns unterwegs wohnt, bitteschön, schaut doch vorbei, unterstützt uns Standler, kämpft auf den Markt, seid Besucher, nehmt euch am Mundschutz mit, weil auch hier herrscht, wie letzte Woche in Füssing, auch Mundschutzpflicht am gesamten Platz. Ja, was wollte ich noch sagen? Ja, und falls ihr euch noch nicht bei mir auf der Webseite als Newsletterabonnent angemeldet habt, habt, macht es bitte, ihr habt da noch sehr viel Mehrwert, weil heute Abend oder morgen in der Früh wird ein neuer Newsletter wieder rausgehen mit einer wahnsinnig tollen Rezeptidee. Und den Tag gemeldet habt, habt, macht es bitte, ihr habt da noch sehr viel Mehrwert, weil heute Abend oder morgen in der Früh wird ein neuer Newsletter wieder rausgehen mit einer wahnsinnig tollen Rezeptidee. Ich schicke euch jetzt ins Wochenende, spätestens jetzt, morgen, ich habe es morgen nicht übersehen, also nicht jeder, der Zeit hat, der kommen kann, nicht vom Wetter beirren lassen, wir sind schließlich auch da und vorbeikommen. Ganz, ganz wichtig. Jetzt haben wir einen Verkaufsbus zu weit hergerichtet und jetzt zur Entspannung singen wir noch ein kleines Lied. Das geht wie folgt, weil ich finde es so stark. Die besten Nudeln, das beste Pesto gibt's heute nur ein Nudelnest weil wuhu, jubilu, tschaui.